Die Maske Okay, ich muss aber hier erstmal So Kann der sich mal umdrehen bitte? Einmal in die Kamera bitte Ganz kurz, einmal lächeln Okay Okay, ne Vektor Seilrutsche Juhu Ist jetzt egal wo ich hin ziele Ich hoffe mal Auf geht's 3 2 1 Ostdeck Seil gesichert Komm nach unten Feinde runter unten Durch das Licht im Innern werden sie auf sich sehen Der Typ am Tisch Ausschalten Gut, nach rechts Erledigen wir die anderen Leiden Hier drüben Auf dein Zeichen Komm schon ruhig halten Ziele ausgeschaltet Wir sind sicher Weiter zur nächsten Etage Mehr Heide unter unten Licht schießen 3 3 3 3 4 5 5 7 8 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 16 20 15 20 Hier auch nicht möglich Okay, was jetzt? Die Stromversorgung ist ganz hinten, los! Speisen Sie den Virus ins Stromnetz ein! Hecken! Lade den Virus hoch! Okay, das dauert eine Zeit lang Ja, ich kann nichts machen, ich muss warten Nein, ich schlau das jetzt nicht Gut Gut Alles klar Das war alles, nur den Virus schnell da einspeisen und sofort wieder abhauen Habe ich nichts dagegen Das verlief bis jetzt ganz gut, ohne Probleme Wow Gott sei Dank ist der schon tot, weil ich glaube Na, ich glaube, der spürt nicht mehr mehr was, wenn der da aufkommt Okay Ja, drei, um das Messer zu verwenden Nett Gefällt mir Denk dran Wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann Habt die Hauptaufzüge im Westflügel Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten Mir nach Okay, ich hab gedacht, der lässt sie jetzt einfach abhauen Ich wusste jetzt nicht, dass er sie erschießen will Zwei hab ich Schütze Ok und wie? Soll ich da drauf schießen oder was? Was für eine Lightshow Disco! Ich seh ja gar nichts mehr jetzt gerade Hallo? Hallo? Auf die Ecken achten Hallo? Hallo? Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Oh ja bitte mach da Nein ich seh nichts mehr Musst du nur anlassen Wo bist du hin? Da bist du Ich bin da Ich bin da Kann weiter gehen Ich bin da Nein Ich bin da Ich bin da Ich bin da Okay. Soll ich jetzt hier lang? Jo, da vorne ist er. Schalten den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Den Strom der Aufzüge ausschalten. Hön, hön. Da kommen sie. Zeit zum Aufwachsen. Wir haben uns gefolgt. Kommt durch. Ah, scheiße. Das ist mir richtig nachgeladen. Runter, 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 runter. Sehr schön. Wir verlieren Zeit. Bewegung! Ah! Was ist denn noch einer? Ah, hier. Noch mal. Au! Fuck! Da kommen noch mehr raus. Vielleicht finden wir die Waffe. Das wird so nix. Die Berendeladung, ich sicher den Ausgang. An den Seilen einklinken. Da kommen sie! Los, schneller! Woa! Au! Feinstaub im Gesicht. Autsch! Wir müssen rein! Surf off! Ich schieße immer auf meine Verbündeten. Ich weiß auch nicht warum. Gott sei Dank gibt es hier friendly fire. Ansonsten hätte ich meine Verbündeten schon so oft getötet. Ja, und da schon wieder. Ja. Au! Seh dich! Ich bin doch schon auf dem Weg. Kein Stress. Kriegen wir alles hin? Oh, komm jetzt noch mehr. Äh. Da 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 da. Äh. Ach. Au! Ach, ich brauch ein Visier. Ich treffe ohne Visier auf Entfernung nicht wirklich viel. Ja, okay, das ist besser So, weiter Er wusste von euch Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht, keiner weiß es Hesh Du hast fünf Sekunden, um uns Rocks Position zu verraten Er ist nicht hier Drei Zwei Seine Position ist da drin, in einer verschlüsselten Datei So, so, so Wenn das mal nicht der lebende Tote ist Rock Ich wusste, er wird den Brot krummfallen Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten, Hesh Die Söhne von Elias Walker Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor zehn Jahren zurückgelassen haben Und von dieser Nacht an Lebt Elias mit dem Wissen seiner Söhne in den Tod geschickt zu haben Raus hier Wohin? Schnellfrau, die Mission ist gefährdet Versuchen die Evakonierung aus der Luft über den 52. Stock Wir müssen ein Fenster finden, bevor das ganze Gebäude einstürft Ah, komm, bewegt jetzt deinen Arsch, Mann Wenn er dein Leben lieb ist, lernst du schneller zu rennen Nein, nein, nein Nein, nein Ähm Woah Schnellfrau, wir sind in der Luft, unterliegend vom Lagerfunk der Echtung Gute Arbeit, ihr zwei Und jetzt verschwindet er Puh, das ist nochmal knapp gut gegangen. Es war Norids Fund und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spector aus. Wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Pirate 5-0, hier ist Outdoor 1-1, sind wir zwei Minuten da. Verschanden 1-1. Nicht vergessen, es geht hier um wichtige Informationen. Das Infiltrationsteam schützen, bis wir unsere Jungs absetzen können. Bestätigt 5-0. Laseraktiv. Sensoren zielen nach 0-7-7. Brauchen wir Angriffserlaubnis? Ich prüfe das gerade. Bitte warten. Okay, wir können jetzt hier einen Helikopter steuern. Bevor wir aber hier weitermachen, mache ich einen Cut und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin! Bis dahin!